Ein sehr erschütterndes Zeitdokument zeige ich euch hier, einen handschriftlichen Brief Ludwig II. und das Original-Couvert dazu, auch an seinen Bruder Otto, der zu dieser Zeit im Feld in Frankreich war, im deutsch-französischen Krieg 1870. Und ich lese euch wieder den Inhalt von diesem dreiseitigen Brief vor, der wunderbar erhalten ist. Lieber Otto, aus Herzensgrund spreche ich dir meinen innigsten Dank für deinen lieben Brief und die guten Wünsche zu meinem Geburtstag aus. Diesen Tag feiere ich mit der Mutter in Hohenschwangau, Ausflug wie immer nach dem Schweizer Haus, also da ist die Bleck genau damit gemeint. Zum achten begebe ich mich wieder dorthin. Deinen Namenstag können wir dann hoffentlich gemeinsam dort feiern. Gott gebe es, schone dich recht. Gib so oft es irgendwie gut geht, selbst oder durch Branka Lebenszeichen von dir. Branka ist ja der Begleiter von Otto, dessen Krug wir schon in der Sammlung gesehen haben und eine Aquarellzeichnung von ihm. Grüße von mir, wen du gerade von Bekannten triffst, wie hoch mich die so ungewöhnlich rasch sich folgenden Siegesnachrichten erfreuen, das kannst du dir denken. Möge ein glorreiches Ende den so herrlich begonnenen Kampf in kurzer Frist krönen. Möge ein dauerhafter, segensreicher Frieden als heilsame Frucht aus dieser entsetzvollen Sache von Blut und namenlosen Elend heranreifen. Der arme Wilhelm, der mit seinen Brüdern stets noch vor Metz stehen muss, schrieb mir jüngst, er sehnt sich nach Paris, dessen Einnahme in nicht zu ferner Zeit zu erwarten ist. Setze dich möglichst wenig aus, dies ist mein Wunsch und ausdrücklicher Wille. Nun lebe wohl, lieber Otto, herzlich freue ich mich aufs Wiedersehen. Großfürstin Konstantin, die ich gestern sah, erkundigte sich sehr nach dir. Viel Liebes von der Mutter, es umarmt dich in aufrichtiger Liebe, dein treuer Bruder Ludwig, München, den 3. September 1870. Wie gesagt, der arme Otto war zu dieser Zeit schon in Frankreich im Krieg, immerhin erst 22-jährig. Er hat zwar hauptsächlich Repräsentationspflichten übernommen, aber das Kriegsgeschehen hat ihn trotzdem sehr mitgenommen und er ist zu dieser Zeit schon immer mehr psychisch auffällig geworden. Es gibt ein Zeitzeugnis vom Kronprinzen Friedrich von Preußen, der schreibt, Prinz Otto war bleich, elend, wie im Fieber schaudernd, saß er vor mir, während ich ihm die Notwendigkeit der Einheit von Militär und Diplomatie darlegte. Ob er diese Sachen begreift, konnte ich nicht aus ihm herausbekommen. Nicht einmal, ob er wirklich zugehört hatte. Einen Tag vor diesem Brief, den der Ludwig da an den Otto geschrieben hat, war eine große Niederlage der Franzosen bei Sedar. Am 2. September geriet dann der Kaiser Napoleon III. in Gefangenschaft. Ihr müsst euch vorstellen, wie schmerzhaft es für Ludwig war, der Napoleon III. ja auch besucht hat und mit ihm freundschaftlich verbunden war. Napoleon, der auch fließend Deutsch gesprochen hat. Und der war jetzt in Gefangenschaft. Trotzdem hat das Heer noch nicht kapituliert und der Krieg ging noch fünf Monate weiter. Bei der Schlacht um Sedar waren mehr als 4.000 bayerische Soldaten gefallen. 138.000 Gefallene auf französischer und 45.000 auf deutscher Seite insgesamt. Und am 25. August 70 hatte Ludwig eben, wie er schreibt in dem Brief, seinen 28. Geburtstag gefeiert. Am 5. November 1870 traf dann der Otto in Hohenschwangau ein. Ludwig wollte ja zu dieser Zeit abdanken. Er war so verzweifelt über den Krieg, dass er so schnell wie möglich die Krone abgeben wollte und bat Otto, er möge die Regentschaft übernehmen. Otto widersprach freundlich und bat wieder nach Versailles zurückfahren zu dürfen, was Ludwig ihm auch gestattete, umso mehr da er erkannt hat, dass ein derartig kranker Mann nicht die Regierungsgeschäfte übernehmen kann. An Frau von Leonroth schreibt Ludwig, ein rechter Jammer ist es mit Ottos leitendem Zustand, der sich zusehends weiter verschlimmert. Er legt sich oft 48 Stunden en suite gar nicht zu Bette, zog seine Stiefel seit acht Wochen nicht aus und gebärdet sich wie ein Wahnsinniger, macht schreckliche Faxen, bellt wie ein Hund. die Zufall die Zufall und siehends schreckliche Spannungs siehends siehends Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020